Dieser Ford Transit System ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in diesem schwarzen fünftürigen BIM Platz. Der VIN bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Einparkhilfe, Bluetooth, Tempomat und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 6,4 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 39.869 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Das Schleck mal voting. Das Schleck mal. Bis zum nächsten Mal.